Hi Leute, willkommen auf meinem Kanal. Im letzten Video hatten wir uns hier angeschaut, den Zusammenhang zwischen Geldmengenausweitung und Inflation. Und da stellt sich doch unmittelbar dann die Frage, soll der Staat einfach Schulden machen und alles damit finanzieren? Der Frage wollen wir in diesem Video mal auf den Grund gehen. Bleibt also dran, es wird super spannend. Bis gleich. Zu diesem Thema also bezüglich Staatsschulden oder Staatsfinanzierung gibt es aus meiner Sicht eigentlich fast nur noch zwei Lager, zumindest schon in der öffentlichen Diskussion. Die einen sagen, der Staat kann einfach Schulden machen und damit eben alles finanzieren. Und die anderen sagen, dass der Staat nicht mehr ausgeben kann, als er einnimmt. Wobei eben die zweite Aussage natürlich völlig falsch ist. Es ist einfach technisch falsch. Gerade wenn die Notenbanken mitspielen, kann sich der Staat im Prinzip unbegrenzt verschulden. Die Notenbank muss natürlich dann in irgendeiner Form sowas machen wie eben Quantitative Easing. Das heißt, sie kaufen eigentlich mehr oder weniger direkt die Staatsanleihen dann vom Staat auf. Und somit ist der Staat eben nicht nur auf Steuereinnahmen bei seinen Ausgaben angewiesen. Aber die Frage ist ja dann schon, wie viele Staatsschulden sind eigentlich sinnvoll? Oder gibt es da eigentlich irgendwie eine Grenze, wo man sagen soll, mehr Schulden sollen es eigentlich nicht sein, weil das dann zum Beispiel zu Inflation führt? Und ich finde, man hat es ja im letzten Video eigentlich ganz gut gesehen, gerade in der Corona-Zeit. Da hat sich ja, das waren ja US-Daten, der US-Staat sehr stark verschuldet und hat dann aber auch das Geld relativ direkt an die Bürger weitergegeben. Und gleichzeitig sind ja die Produktionskapazitäten runtergefahren. Das heißt, die Nachfrage ist eigentlich konstant geblieben. Und die Produktionskapazitäten wurden heruntergefahren, hat dann unbeweigerlich zu Inflation geführt. Und man sieht es auch bei den deutschen Daten. Die habe ich mir jetzt für dieses Video angeschaut. Da habe ich mir jetzt mal alles zusammengesucht. Das war schon ganz schön Arbeit. Alleine schon bei der EZB, die eben zwei Geldmengendaten zu bekommen, hat mich schon ein bisschen Zeit gekostet. Und die Quellen sind jetzt komplett immer unterschiedlich. Ich werde die versuchen, alle zu verlinken. Und das hat es ja in der Auswärtung ein bisschen aufwendiger gemacht, weil natürlich auch jeder verwendet hier ein eigenes System. Der Vogel hat für mich natürlich das Finanzministerium abgeschossen. Wird ja gerade geführt von einer Partei, die sich Digitalisierung auf die Fahnen geschrieben hat. Da habe ich doch tatsächlich, weil ich habe auch die Verschuldungsdaten von Deutschland mir jetzt mal heruntergeladen. Aber ich musste mir einzelne PDF-Dateien herunterladen und die dann einzeln herauskopieren. Das sind nur 20 Jahre. Deshalb war es nicht so extrem viel Arbeit. Aber da habe ich mich auch immer schon wieder gefragt, hey Leute, die Digitalisierung habt ihr auch nicht wirklich verstanden. Okay, deshalb schauen wir jetzt auch mal auf die europäischen, beziehungsweise eben auf die deutschen Daten. Und versuchen dann die Frage zu beantworten, soll der Staat einfach jetzt Schulden machen und dann alles finanzieren, was eben finanziert werden muss. Fangen wir mit den ersten Daten an. In dem Chart sehen wir jetzt die Geldmenge M2 von der Eurozone. Dann noch das Bruttoinlandsprodukt von Deutschland und dann auch noch die Inflationsrate von Deutschland. Alles auf Prozent umgerechnet, das heißt, das sind die Steigerungsraten. Und da sieht man aus meiner Sicht auch wieder wirklich erstaunliche Dinge. Also mich hat das jetzt schon wieder ein bisschen gewundert. Von der Geldmengenausweitung ist es eben ähnlich wie zu den USA, ist es ein bisschen weniger, sind 224 Prozent. Das bedeutet ein durchschnittliches Geldmengenwachstum von 5,71 Prozent in diesem Zeitraum. Und dass sich das eigentlich kaum auf die Inflation ausgewirkt hat, das sieht man in der Inflationsrate von Deutschland. Die ist nämlich erstaunlich niedrig. Die ist sogar gerade mal im Schnitt pro Jahr bei 1,91 Prozent, obwohl in den letzten zwei Jahren die Inflation ja richtig stark gestiegen ist. Und allerdings in den Jahren zuvor war die Inflationsrate, und das hat mich jetzt wirklich auch nochmal erstaunt, extrem niedrig in Deutschland. Und da wird jetzt gleich jeder die Frage stellen, ja, ich habe doch irgendwie immer weniger Geld zur Verfügung. Und das stimmt wahrscheinlich auch, aber der Frage, da gehen wir später nochmal auf den Grund, beziehungsweise das sieht man vielleicht später besser, warum das trotz der relativ niedrigen Inflation in den letzten 20 Jahren tatsächlich keine falsche Wahrnehmung ist, was man so persönlich hat, dass irgendwie man immer weniger Geld für die Alltagskäufe zur Verfügung hat. Und man sieht in der Grafik eben auch schön, dass zu Corona-Zeit dann die Inflation auch wirklich stark angestiegen ist, wo eben die Geldmenge sehr stark ausgeweitet wurde. Und das sieht man dann später in der nächsten Grafik auch. Tatsächlich kommt es sehr stark durch die Staatsverschuldung, weil der Staat hat natürlich auch viele Ausgaben getätigt. Er hat Kurzarbeitergeld gezahlt, er hat sonstige Corona-Hilfen bezahlt, er hat sehr teure Masken eingekauft. Das heißt, der Staat hat tatsächlich das System mit Geld mehr oder weniger geflutet. Und da sieht man eben auch schön den Zusammenhang, dass wenn die Nachfrage hoch bleibt, das Angebot aber runter geht, dass es eben zu Preissteigerungen kommt. Und damit ist eigentlich schon die Frage geklärt, soll jetzt der Staat unendlich Schulden machen und jedem Bürger einfach eine Million Euro überweisen, dass das natürlich nicht funktioniert. Das zeigt eigentlich meiner Ansicht nach diese Grafik schon ziemlich gut, dass man natürlich da ökonomische Zusammenhänge immer berücksichtigen muss, wenn der Staat Schulden macht, weil er ja so einfach an Geld kommt. In der nächsten Grafik sieht man das jetzt nochmal deutlicher. Hier habe ich wirklich auch die Staatsverschuldung mal mit hinzugenommen, auch in Prozent. Und hier sieht man eine starke Korrelation zwischen der Geldmengenausweitung und der Staatsverschuldung jetzt von Deutschland, wobei das ja europaweit war es. Und eine Frage, die ich mir da jetzt ausstelle, irgendwie hat nie jemand Geld. Die Bürger in der Breite scheinen ja relativ wenig Geld zu haben. Der Staat hat sowieso nie Geld. Und wer hat denn eigentlich dann das ganze Geld bekommen? Also wo ist dieses ganze Geld geblieben? Und ich spekuliere jetzt einfach mal. Ich würde schon mal sagen, das hat auch ziemlich viel was mit der Verteilung zu tun. Das heißt schlussendlich relativ viel Geld wird bei relativ wenig Personen am Ende dann landen. Ansonsten kann man das eigentlich nicht erklären. Und wenn das Geld natürlich ungleich verteilt ist, dann ist eigentlich logisch, warum das sich nicht inflationär auswirkt. Weil das sieht man ja zum Beispiel auch am Aktienmarkt. Da ist ja schon so, ab einer gewissen Summe kann man nicht mehr einfach so wie wir einfach auf Knöpfchen drücken und dann hat man die Aktie XY gekauft. Sondern wenn man das machen würde, ab einer gewissen Summe, dann wird der Preis natürlich in die Höhe schießen. Weil das Angebot ist natürlich begrenzt. Und wenn man zu viel Geld hat, dann treibt man selber den Preis der Aktie nach oben. Und das ist natürlich, der Aktienmarkt ist da natürlich sehr direkt. Aber das gilt natürlich auch für andere Dinge genauso. Deshalb ist so meine Vermutung, dass relativ viel Geld ziemlich nutzlos auf irgendwelchen Konten rumliegt. Wir haben nämlich doch ein Systemproblem, dass wir zwar immer mehr Geld ins System bringen, das aber bei immer weniger Leuten dann landet. Dann haben wir doch da weiter vorne in dem System eigentlich ein Problem. Weil da stellt sich dann auch tatsächlich nicht mehr die Frage, mache ich jetzt eine Vermögensteuer und sammle ich das nutzlose Geld ein? Oder schaffe ich dann einfach Neues? Der einzige Unterschied ist, wenn ich einfach Neues schaffe, und das ist vielleicht jetzt ein bisschen gehässig ausgedrückt, dann bedeutet das doch nichts anderes, dass neue Schulden einfach die Reichen noch reicher machen. Deshalb habe ich schon ein Problem damit, wenn gerade aus der linken Ecke eher immer kommt, dass der Staat mehr Aufgaben übernehmen soll, mehr Staatsunternehmen, das heißt mehr Verstaatlichung. Weil der Staat, der ist ja natürlich nicht gewinnorientiert und dann wird es alle besser gehen. Weil die Frage ist ja schon, setzt der Staat tatsächlich das Geld effektiv ein? Beziehungsweise sind die Organisationen, die der Staat betreibt, tatsächlich effizient geführt? Und da habe ich schon so meine Zweifel daran. Und deshalb schauen wir uns noch eine weitere Grafik an. Dort sehen wir neben der Staatsverschuldung auch die Steuereinnahmen und nochmal die Inflation und auch nochmal das Bruttoinlandsprodukt. Hier sieht man auch nochmal schönen Zusammenhang, dass schon das sinnvoll war, dass der Staat während der Corona-Zeit eben die Schulden aufgenommen hat. Weil das sieht man ja sehr schön beim Bruttoinlandsprodukt, dass damit eigentlich ein Wirtschaftscrash schlussendlich abgefangen wurde. Das heißt, das Bruttoinlandsprodukt ging ja nun ein wenig zurück und ist dann, nachdem die Corona-Pandemie überstanden war, so mehr oder weniger, beim einen oder anderen hat es ein bisschen länger gedauert, bis es kapiert hat. Aber dann ist die Wirtschaft eigentlich gleich wieder durchgestartet. Und das finde ich, das sieht man im hinteren Teil der Grafik ziemlich gut, dass eben dieses Geld, wo in das System gepumpt wurde, wirklich auch was bewirkt hat, sodass die Wirtschaft nicht komplett abschmiert. Wir können jetzt natürlich sagen, ganze Lockdowns waren übertrieben. Das ist auf jeden Fall auch nicht ganz unberechtigt, diese Aussage. Aber man muss natürlich sagen, die waren weltweit. Selbst wenn Deutschland keine Lockdowns gemacht hätte, hätten wir hier wirtschaftlich natürlich ein Riesenproblem gehabt. Aber was man halt auch sieht, sind die Steigerungsraten von den Steuereinnahmen und von der Verschuldung. Das heißt, beide Größen sind über 3% pro Jahr im Schnitt und das heißt, der Staat hat eigentlich jedes Jahr mehr Geld zur Verfügung. Aber trotzdem hört man von dem Politiker die ganze Zeit, dass der Staat ja kein Geld hat und jetzt muss gespart werden und da muss der Gürtel enger gestalt werden, obwohl der Staat auch immer mehr Geld zur Verfügung hatte in den letzten Jahren. Das Interessante an der Grafik ist ja, dass auch der Staat durch die höhere Inflation mehr Einnahmen hat, einfach auch durch seine eigenen Staatsunternehmen, wie zum Beispiel die Deutsche Bahn, die hat ja die Ticketpreise in den letzten Jahren auch nicht konstant gelassen. Und es gibt ja noch viele weitere Staatsunternehmen, die die Preise auch erhöht haben. Das heißt, der Staat hat auch von der Seite mehr Einnahmen. Und dann wird es einem auch vielleicht klarer, warum er gefühlt immer weniger selber im Geldbeutel hat, weil es ist eben nicht nur die Inflation, die tatsächlich gar nicht so hoch war in Deutschland, sondern natürlich, wenn natürlich mehr Steuern gezahlt werden, dann hat man natürlich auch selber davon weniger im Geldbeutel. Und es gibt ja noch andere Ausgaben, die auch noch gestiegen sind, zum Beispiel die Krankenversicherung ist gestiegen. Oder aber auch, soll man sich ja als Privat irgendwie vorsorgen? Ich hoffe, die wenigsten haben noch so eine unsägliche Rürup- oder Riester-Rente. Aber selbst wenn man das hat, aber auch wenn man es in den Aktienmarkt anlegt, dann ist ja trotzdem so, dass man weniger Geld für den eigenen Konsum zur Verfügung hat, weil man natürlich einen gewissen Teil weglegen muss für die private Altersversorgung. Und deshalb ist das Gefühl, glaube ich, dass man immer weniger hat, auch absolut richtig, obwohl das die Inflationsdaten gar nicht so widerspiegeln. Und das nächste Problem bezüglich den Staatsausgaben ist natürlich auch die Staatsleistungen. Die werden ja auch gefühlt immer schlechter. Es ist ja nicht so, dass der Staat mehr Einnahmen hat, beziehungsweise mehr Geld zur Verfügung hat und dadurch eben mehr Leistungen erbringt, sondern die Leistungen werden doch immer stärker gekürzt. Und dass die Staatsleistungen tatsächlich schlechter werden, das möchte ich jetzt hier auch nochmal an zwei Beispielen kurz zeigen. Man kann sich relativ schön anschauen, für was der Staat Geld pro Jahr ausgibt. Das wird sehr gut hier aufbereitet. Man sieht hier in diesem Kuchendiagramm ein ziemlich großes rotes Kuchenstück, und über das wird ja auch immer ziemlich viel diskutiert. Das ist nämlich Arbeit und Soziales. Und da sieht man schon, also der Hauptanteil an den Ausgaben vom Staat liegt in diesem Ressort. Und da wird ja auch immer sehr viel über Sozialleistungen, Hartz IV und Co. immer diskutiert. Aber wenn man da mal reinschaut und tatsächlich anschaut, für was eigentlich wirklich Geld ausgegeben wird, das hat mich auch wirklich schwer überrascht. Weil das Problem, was man ja immer hat, man hat ja mit diesen Zahlen, man kann ja gar nichts anfangen. Was sind jetzt 100 Milliarden? Ist das jetzt viel oder wenig? Gerade für einen Bundeshaushalt, für einen persönlich ist es relativ viel. Aber für einen Staat ist dann vielleicht okay, man weiß es gar nicht so richtig. Schauen wir mal rein, für was dieses Ressort wirklich Geld ausgibt. Und hier gibt es ein ziemlich großes rotes Kuchenstück. Und jetzt könnt ihr mal überlegen, was das wohl sein könnte. Und es ist nicht quasi Arbeitslosengeld oder irgendwie Hartz IV. Nein, es ist tatsächlich die Rente. Der Großteil von diesem Ressort geht in die Rente. Und das ist der Steuerzuschuss. Das heißt, das ist die Rentenlücke, die wir gerade mit Steuergeldern erfüllen müssen. Und für mich ist das eigentlich ein Skandal, weil das zeigt eigentlich ein Politikversagen in den letzten 20 Jahren. Und das thematisiert irgendwie so gut wie niemand. Also auch gerade von unseren Crash-Propheten, da wird gerade gegen den Windräder geschossen. Dann sollten sie mal gegen die Rentenpolitik der letzten 20 Jahre mal schießen. Das wäre mal wirklich sinnvoller, weil das ist für mich der totale Skandal. Weil dann natürlich auch viele belastet werden, die überhaupt gar keine Ansprüche haben. Ein Selbstständiger hat keine Rentenansprüche. Ein Unternehmer hat auch keine Rentenansprüche. Er muss aber trotzdem dann diese Steuern zahlen. Und das finde ich erstmal auch nicht wirklich gerecht. Und man sieht, der Anteil, wo wirklich dann für Arbeitslosengeld, Hartz IV und Soziales und so weiter ausgeht, der ist eigentlich so gesehen gar nicht so hoch. Gehen wir zurück und schauen uns noch ein zweites Ressort an, wo auch wirklich sehr, sehr spannend ist. Das zweite Ressort, wo wir uns anschauen, ist der Bereich Verteidigung. Ich habe ja noch zu den Leuten gehört, die tatsächlich auch noch die Ehre hatten, bei der Bundeswehr ihre Wehrpflicht abzuleistern. Schon damals war es ja so, und jeder wird das wahrscheinlich bestätigen, die Ausrüstung war eine totale Katastrophe. Von dem her war eigentlich die Bundeswehr immer schon eine Verteidigungsarmee. Weil selbst wenn die Bundeswehr jemanden angreifen hätte wollen, wir wären da ja gar nicht hingekommen, wenn wir unterwegs schon liegen geblieben wären, weil die Fahrzeuge einfach den Geist aufgegeben hätten. Aber Spaß beiseite. Tatsächlich ist dieses große gelbe Kuchenstück das Verteidigungsbudget. Und auch hier ist es wieder schwierig zu sagen, ey, ist das jetzt viel oder wenig, was wir da ausgeben? Weil ich habe ja immer gedacht, dass die Bundeswehr so schlecht ausgerüstet ist, weil da einfach kein Geld reinfließt. Aber jetzt ist schon mal die Frage, dieses Geld, was da jetzt aufgebracht wird, ist das jetzt viel im internationalen Vergleich oder ist das eher wenig? Und dafür gibt es natürlich auch Statistiken, und die schauen wir uns auch mal kurz an. Und da sieht man jetzt diese Grafik, und man sieht, dass Deutschland gar nicht so wenig Geld ausgibt für Verteidigung. Wir sind ungefähr gleich oft mit Frankreich, und Frankreich ist auf Platz 6, und wir sind auf Platz 7. Und man sieht, ja, da sind die üblichen Verdächtigen sind da vorne, eigentlich ganz vorne die USA, aber auch China. Und Indien hat mich ein bisschen überrascht, ist da weit vorne, und natürlich auch Russland. Gefühlt würde ich aber sagen, dass die französische Armee besser ausgerüstet ist als die deutsche Armee. Und tatsächlich kann man das auch nachschauen, weil es gibt einen Index, der wird auf der Seite globalfirepower.com berechnet. Dort wird die militärische Stärke bewertet, und dann schauen wir uns mal diesen Index genauer an. Das ist jetzt diese Seite, und dann kann man jetzt hier einfach runtergehen, und das sieht man schon. Also, wenn man es jetzt vergleicht mit den Ausgaben, die einzelne Staaten haben, ist so die Top 5 eigentlich, entspricht wirklich auch den Militärausgaben. Das heißt, man sieht jetzt hier natürlich die USA, man sieht Russland, man sieht China, Indien, und das Vereinigte Königreich. Und hier muss man schon sagen, jetzt von Deutschland und Frankreich sieht man jetzt hier nichts in der Liste. auf den ersten Blick scrollen wir mal ein bisschen weiter runter. Ah, da kommt immerhin Frankreich auf Platz 9. Also sind ein bisschen zurückgefallen. Das heißt, Frankreich könnte schon auch ein bisschen effektiver mit dem Geld umgehen. Und jetzt könnt ihr euch mal überlegen, schafft es Deutschland in die Top 20 in dieser Liste, oder sind wir noch weiter hinten auf dieser Liste? Ich scrolle mal schon mal weiter nach unten, und scrolle mal bis zu Platz 20, und da sehen wir leider, oh, auf Platz 20 ist Polen, und von Deutschland ist noch nichts in Sicht. Und jetzt scrolle ich mal noch mal weiter runter, bis wir mal endlich zu Deutschland kommen, und da sehen wir, oh, jetzt auf Platz 25 hat es auch Deutschland mal geschafft, hinter Thailand, aber immerhin noch vor Algerien. Und das ist doch ein Treppenwitz. Das heißt, wir geben gleich viel Geld aus wie Frankreich. Frankreich schafft es in dieser Liste immerhin auf Platz 9, und wir liegen abgeschlagen auf Platz 25 hinter Thailand. Und das kann es halt nicht sein. Und das ist genau der Punkt, wo ich sage, wir müssen erst mal die Frage klären, wie tun wir die Ministerien effizient führen, und auf der anderen Seite, wie schaffen wir es, dass das Geld auch wirklich effektiv eingesetzt wird. Das ist natürlich nicht ganz so einfach. Deshalb wollte ich in diesem Video erst mal das Problem eben darstellen, was wir aus meiner Sicht haben, und dann können wir mal über Lösungen nachdenken. Aber zu sagen einfach, hey, der Staat soll einfach mehr Schulden machen, und dann können wir ja alles finanzieren, so einfach ist es halt nicht, weil dann wird doch das eher schlimmer. Das heißt, der Output, der aus dieser Maschine Start herauskommt, der wird doch immer geringer, wenn ich einfach hier an den Strukturen überhaupt nichts verändere. Ja, aber das war es erst mal zu dem Thema. Ich bin mal gespannt, was ihr darüber denkt. Schreibt so einfach mal in die Kommentare rein. Die Diskussion ist auf jeden Fall hochgradig spannend. Das soll es erst mal gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.